Musik 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 Ähm, ja, endlich, endlich allein, hier oben war ich ja noch nie, endlich weg von dieser scheiß Party, merke niemals LSD auf nüchternen Magen, hm, ich glaub ich muss mal eine Runde rausgehen, hm, 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 hm. Na, der Mond! Diesmal habe ich mich wohl echt abgefossen. Hallo, du Mond. Na, wie geht's? Hallo, Bär. Ich bin echt enttäuscht, dass du mich nicht eingeladen hast zu deiner Party. Aber weißt du was? Aus Rache habe ich euch richtig dick einen Nutella gespielt. Bitte? Du hast nicht mal Ausweidungsorgane. Wie willst du sowas machen? Ich will im Kater hineintreffen noch ein bisschen mehr. Hast du es jetzt? Ähm, das rechtfertigt noch lange keinen Ausweidungsbruch. Ja, nach StGB, Paragraf 123, Absatz 1. Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedigste Besitzstum eines anderen eindringt, wird mit einer Freiheitsstrafe von... Nicht unter fünf Jahren bestraft. Ha, 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 ja. Äh, könnte ich mir vielleicht eine Tasse Zucker von dir borgen? Ich muss dringend noch ein paar schmackhafte Plätzchen packen. Plätzchen? Weihnachten steht kurz vor der Tür. Hm? Was? Weihnachten? Habe ich überhaupt noch Zucker im Haus? Keine Bange. Mir reicht noch ein bisschen Rohrzucker, ein Stückchen Kandis oder drei Tabletten von dem Süßstoff, die es in den weißen Natrinspinner zu kaufen gibt. Darf ich mal ganz kurz deine Toilette benutzen? Äh, was? Das ist abartig. Du hast nicht mal einen Penis. Das ist richtig. Vagina Power. Ja, klar. Aber lass mich mal kurz rein, hier draußen ist es äußerst kalt. Ich hab weder Handschuhe noch warme Socken an. Das tut mir leid, aber wir könnten ja vielleicht zum Aufhörm ein kleines Weihnachtsliedchen singen. Was sagst du dazu? Lass mich doch endlich rein. Weihnachten steht vor der Tür. Sexy Weihnachtszeit. Der Nikolaus kommt mit seinem Schlitten angehört und fängt... Mir was. Ich hab mir ein Puppenhaus gewünscht. Und 15 Paarstrümpfe. Bullshit. Ich hab den Nikolaus gefickt. Der Niko Klaus ist... Der soll nur kommen, der Niko Klaus. Ich reiß ihm die Gedärme raus. Dann ist der ganze Klausi tot. Ist tot. Wichser. Und wenn ich dieses Jahr keine Geschenke krieg, dann erflag ich den Nikolaus mit meinem Weihnachtsbaum. Mit dem Weihnachtsbaum. Mit dem Weihnachtsbaum. Tschüss, Mond. Mach's gut. Ähm. Ja. Bevor ich die Party verlassen habe, habe ich etwas Zyankali in die Pole gerührt. Ja. Sie müssten jetzt also alle schon tot sein. Tschüss. Ach, Moment mal. Wenn ihr irgendwem erzählt, was ihr gerade gesehen habt, mache ich euch persönlich die Hölle heil. Ich mach keine Witze. Hm? Führt euch. Hm? 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 Ist gut jetzt, ihr könnt schon ausfalten, es kommt nix mehr.